Zweitversuch der Aufnahme, nur ein Beispiel von Dingen, die mir das Leben schwer machen. Da ist ein Gegenstand, den hat die Person B von der Person A. Die Person A ist weiter weg und ich bin prädestiniert dafür, diese Sachen entgegenzunehmen und der Person A zu übermitteln, weil da ein Nahverhältnis besteht. So, die Person B hat die Eigenschaft, irgendwann herzulaufen und den Gegenstand irgendwem zu geben, irgendwem, der zufällig irgendwie damit involviert ist und es gnadenhalber entgegennimmt. Das ist eine Verantwortung. Da gibt es der da, der Person C, die ich kaum je sehe. Und jetzt muss ich zittern und betteln, dass die irgendwann sich herablässt und einmal da ist und den Gegenstand aushändig, den sie unbefugt übernommen hat. Und sie hat inzwischen die Person A benachrichtigt, dass sie das jetzt hat und dass sie das in der Gelegenheit einmal, weil keine Methode einmal übergeben wird, wer weiß. Schreibt nicht einmal einen Zettel für mich irgendwas. Ja, okay, ich habe ein Mail bekommen, jetzt kann ich warten und wir zwei kennen Zittern, Person A und ich, kennen Zittern, dass wir das überhaupt je kriegen. Die ist nie da. Ich sehe die oft wochenlang nicht. Und das sind Dinge, die mich aufregen.